Wir spielen jetzt ein paar Runden Dämmerung auf Süß mit Held. Weißt du, jeder andere YouTuber. Hey yo, herzlich willkommen zurück, Torito Süß. Erstmal Süß, ja nochmal, hör mal, hey, wird hier im altbekannten Süß wird begrüßt. Ich bin am sweaten, es ist gottlos, es ist so, also ich sag dir wie es ist, der Sommer wird eklig, das wird zu 200% ein ekelhafter Sommer. Guck mal, wir haben Mai, Mitte oder so Herbst-Mai, so, weißt du, so 20. so rum. Herbst-Mai, Digga, ich fang Schlaganfall. Ja, 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 wir sind wohl hier. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, wir haben schon spät im Mai. Ja, Mitte, Ende Mai, ja, ja. Ja, so Mitte, Ende Mai so und boah, Junge, ich sag dir echt, der Juni wird abfuckt, der Juli wird abfuckt, der August wird abfuckt und der Anfang Mitte September wird abfuckt. Ich hab keine Lust mehr. Es wird so scheiße heiß. Ich find so 25 Grad jetzt eigentlich in Ordnung. Bruder, ich hab hier drin gefühlt 50. Ich hab 25 Grad in meinem Zimmer. Und das ist hinten an der kühlsten Ecke. Ja gut. An der kühlsten Ecke, ich bin einfach im Sonnenstudio hier oder so. Würde mir bingen. Ey, sag dir ehrlich, ich hab jetzt schon die Klimaanlage ready gemacht, die werd ich direkt gleich irgendwann mal einbauen, nach dem Essen oder so. Ich muss nachher auch noch essen. Jaja. Maybe. Warten wir. Wir wollen den Strike of the Erde. Wir müssen aktuell mal gucken, wie, äh, okay, guck ich gleich, wie Dortmund steht. Ah, der ist schon wieder. zu sehen. Sehr gut. Wir haben hier mit einer Klage von Besessenen zu kämpfen, weil ich wirklich eure Hilfe gebrauchen könnte. Wie schlimm ist diese. Klappen. Das werdet ihr schon früh genug sehen. Äh, warte. Alter, 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 chill. Ich bin von Food Life auf, auf Null Life. Ja, deswegen bitte renne ich wieder einfach rein, wie so ein Beklopfer, weil Dämmerung ist immer ein bisschen schwieriger. Ach, komm mal. Hahaha, fuck. Was passiert? Bist du gestorben? Ja, haha. Alter, upsie. Ganz klassisch Münze voll genommen. Hallo, bitte, bitte holen sie mich. Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Hat er dich geholt? Ist der doof? Ach, doch, doch, doch. Alles. Der stand die ganze Zeit bei dir? Ja, 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 okay. Der ist beträubt, der eine. So, auf den Koloss einmal drauf. Ja, okay, ist leck. Ah, ha, 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 ha. Verdammte Axt. Okay, das könnte. Okay, gut, ich hab mich gesaved. Gas, ha, 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 ha. Alles wieder, keine. Geht nichts. Geht nicht ab. So. So. Glaube... Ich weiß es nicht, Digga. Will ich wirklich... Ich kann auch mit Gewehr spielen. Ich bin auch unsicher. Aber bei dem Strike gibt es am Ende einen Trick. Da können wir uns ein bisschen... ein bisschen hochcheaten. Da wirst du dann von den Gegnern nicht getroffen. Kannst von oben einfach diese Unterwanderer. Dazu muss aber der Typ auch ein bisschen mitspielen. Wenn er zu schnell die Gegner killt, dann ist es late. Oh, nicht so gut, dass ich jetzt hier gerade meine Ulti verwendet habe. Das kommt doch wieder. Alles gut. Oder wo ihr schon wieder seid. Ist ja gottlos. Ja, komm doch einfach mal mit. Ihr seid ja so weg. Ich war doch die... so Dings am fighten. Auf süß. Ah, ja, okay. Ein Motherfucker. Okay. Zack. Das ist feiner. Zack, zack, zack Oh ja, der Bogen, wenn der Bogen von dir war Ne, das war tatsächlich seiner, glaube ich Der war auf uns versiebt Ah, das Bogen da oben muss schnell weg Gigi, da ist noch eins Das habe ich diesmal nicht so schnell weggekommen Also, ah, perfekt Alter, Junge, ihr macht den ja kaputt Einfach Double Finisher So, Geschütze dahinten Da war schon wieder Geschütze Ja, das kann nicht wahr sein Einfach Doppeldreck mitgenommen Also, die Geschütze sind bodenlos Ja, ja, safe Die Geschütze sind, äh, ungerollt So, das ist weg Da ist noch eins, fuck Auch weg So, hier bin ich auch noch weg Wunderbärchen Wunderbärchen Jetzt Shepard's aber Ich fühle mich nur in der Bogen Ah, Hilfe Ein Statistik zu den Mieten sollen Oha Die wollen mir aber auch hier an die Wäsche Alter Die sind aber manchmal zu stressig, die Dinger Davon ist eine Cadara Wenn man in ein Hornissennest sticht Muss einiger größer sein als alle anderen Oh nein, hier ist nicht gut Mit Tentakeln? Denzel, wann hast du das letzte Mal Hornissen gesehen? Alles klar Naja, raus mit dem Ups der Boss ist ja wirklich doof da ist ja auch der hält super viel auch aus das sind dauernd der ist gar immun wir müssen so Dinger kaputt schießen der ist immun gegen Fortnite maaaann du hast es so lange geschafft dass du einfach nichts dazu sagst ja 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 irgendwann kommt auch mal wieder der Boss ja schön da freu ich mich noch mal du ist du bist du bist du 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 ah nein 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 weg 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 naja mal jetzt hier im moment hier die süße maus diese kugeln sind sehr nervig die kugeln haben mich gerade fast das die klasse bäumelein mit gemütlichkeiten und gemütlichkeit so und jetzt sich mein höchstchen aus die erheblich okay aber jetzt dürfen sterben äh ne doch doch stand da gerade wieder ein schickes film möglich ah ja perfekt natürlich man kann nie wieder sterben ist perfekt so lobe ich mir das boah oha hier ist der champion bei mir auf süß ein champignon ein champignon erstmal fett'n kok gekriegt oh let's go let's go granate ist super weil die damit zwei leute einfach immer schön ergibt es statt dieser ranz die äh dingslos auch granaten ja 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 okay das ist besser ich warte ich kill den ja zack weg ist der stabil bruder ja du bist stabil alle meine jungen stabil alle meine jungen stabil oh ich bin tot du kannst mit dem strangteil auch wenn du ähm wenn du hoch springst und einen kreis gedrückt hältst kannst du auch so runter springen und so eine attacke machen dann sind auch alle gegner quasi so gefesselt also ne der kreis also quasi das was du zum zum ausweichen nimmst wenn du das in der luft drückst dann oh mein gott nein fack ist auch gefallen ja ich habe auch das lästig das ist nicht schlimm ich hole dich ich denke mal so 100 stunden ist mein bruder auch dabei da musst du einfach die letzten drei stunden auf die liegen updates fahren ui das sind die zwei auch einfach kleines game jaa small jemand burn es uiiiiiiii ja dass der jetzt nicht von dir kam wird schon schande äh enni raum sich kaputt machen oh nein bin ich bedacht liegen ich muss hier so viele leute wie möglich killen hallo 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 boah ist das scheiße gay hey was nein tschuldigung wollte ich nicht so sagen sorry youtube ey mann ich hab meine ulti ne ich muss mit dieser scheiß wichs ulti ich mag strangen nicht also strangen ist echt unsympathisch ich mag strangen nicht liegt mir nicht also mir liegt viel mehr so der andere bums ich flieg ja auch gefühlt alle drei minuten fast runter ja ich meine jungs ihr könnt auch einfach die ganze zeit weiter gehen aber wir werden nicht die ganze von der scheiße von der seite abgeballert ich werde auch von der scheiße abgeballert wenn wir einfach die raumschiffe kaputt machen aber gut hier kannst du mit der ulti was machen hier sind voll viele hier sind voll viele ja ich hab leider die scheiß ulti die ist weg ah gut dann kann ich ja ne ne Nein, 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 ich fall runter, nein, wieso sterbt ihr denn alle, was ist denn bei euch los? Ich bin auch runtergewandt. Ah, das war nicht so toll. Alter, Junge, Dortmund liegt immer noch 0 zu 0, ich schwöre, ich muss das jetzt mal auflassen. Alter, die sind einfach zu dritt hier, die machen nichts. Ich hole das Schiff runter, geh du weiter. Schiff ist unten. Der geht nicht schnell, dass du das jetzt hinbekommen. Ja, ich bin Kass. Warte, noch ein Schiff, hole ich auch runter. Oh, einen habe ich noch. Die Schiff ist unten. Ah, komm, das. Oh, das ist ja voll krank. Ich liebe dieses, also ohne Witz, dieses Strangmaschinengewehr, gerade wenn du auch noch krankenschaden willst. und Maschinengewehrschadenfluss hast. Das ist glücklich. Aha, da hinten ist ein Typ. Ja, cool, unser Freund, der ist einfach nöde. Scheiß, kack, Spaß, dich wohl nicht kurz. Ja, scheiß, kack, Spaß. Was ist das? Ach, was ist das? Oh lol, ich bin einfach in diese Suppe gestoßen, das ist ja unter und chillig. Da ist ein Champignon. Ne, doch nicht. Ja, ich bin gestorben, weil meine, also diese Fähigkeit mit dem Randziehen ist scheiße. Sag ich dir ehrlich, die nutze ich aber jetzt nicht mehr. Ja, du hättest die halt irgendwie so, hast du keine Granaten. Äh, ich glaube ich habe keine drin in dem Bild. Details? Hättest du ja wirklich kaufen müssen vorher, scheiße. Ja, ja, da gibt es ja diese Fesselgranate, gell? Die meinst du? Genau, ja, die ist super. Die müsste ich mir mal aneignen, dann wäre der auch bestimmt besser, Alter. Hier ist irgendwas hinter mir gerade ja gottlos explodiert. Ach, du bist so ein Idiot, dann viel Spaß da drin. Äh, jetzt gehe ich tatsächlich mal auf eine Maschinenpistole. Also Close Quarter. Äh, hier gibt es einen Trick. Pass auf, oben in der Ecke formen manchmal so, wie so Mini-Geschütze. Die müssen dann sehr schnell weg, weil die machen Big Rubber-Bubu-Schaden. Da oben zum Beispiel. Die Schütze wieder oben. Das ist schon ein Video, dass du da jetzt deine Scheiß-Bubble hingestellt hast. Das ist auch süß. Meine Fresse. Ey, der mit seiner Kack-Bubble, Alter. Kann so Gännis sein, in so einem kleinen Raum. Ja, Digga, die Hälfte. Davon mache ich jetzt noch mit so einer Unzerstörer-Fügel-Voll. Äh, Bock? Wee, haben wir weggesmashed. Ich bin schon im Game-Sinfall tatsächlich auch zu was gut. Yeah. Let's go. Alter. Let's go. So, pass auf. Wir müssen jetzt hier mal ein paar Leute killen. Ja. Und da hab ich gekillt. Bist du tot? Fast, fast. Aber ich bin noch im Leben. Okay. Jetzt komm mal mit mir. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Jäger geht. Hier. Ach, Mann. Ah, nein. Alter, Depp hat da jetzt die Gegner gekillt. So, hier drauf. Wo bist denn du hin? Ja, hier oben. Das ist der Weg. Alter, WTF? Ja, schaff ich niemals. Ah, wichtig, dass du schon mal da oben bist. Dann können wir hier unten alles machen, was wir wollen. Ja. Ich bin jetzt hier oben, kann ich von hier oben auf den Bruder schießen. Da oben immer noch 0-0. Kehr er wieder um, lol. Ja, jetzt bin ich tot. Ich bin einfach aus der Map geschallert worden. Oh, shit, okay. Feuerstaden kommt hier irgendwo an. Nicht tief. Hey, kannst du dazu gucken, wo ich hier oben stehe, Digga. Das ist der absolute Leife. Warte. Ah, siehst du, Jungs, perfekt, wie das du denn hier bist. Aber das ist nicht das komplette Leine machen, wenn ihr nicht tot seid. Tatsächlich kann ich nicht zu dir kommen. Ja, ich bin da. Oh, okay. Oh, Leute, ich habe irgendwie Spawn-Schaden gekriegt. Was ist denn hier los? Ich bin hier tot. Nein, Dortmund führt 1-0. Sebastian Horleier, oh, ist das ein Schwanz. Ach, Jungs, ich habe euch. Alles gut. Alles gut. Ich carry her, ich carry her. Ich hoffe, hier sieht man am Ende, wer wie viel Schaden auf den Boss gemacht hat. Das wäre super. Und tschüss. Alter. Ich schwöre, gerade am Ende habe ich aber jetzt auch nochmal geil mitgemacht. Das war nett von dir. Mit der Ulti. Ja, süß, gell? Du hast nichts bekommen, Alter. Nur Kacke. Nicht mehr eine Waffe. Ich habe nur Fortnite bekommen, leider. Maul. 90 Minuten, let's go. Alter, Junge, ich habe ja richtig ringgesackt. Gut, dass wir den Laudatio wieder mit dabei hatten. Es schadet mir immer, mindestens einen Laudatio auf Tasche zu haben. Ja, ist schon geil. Aber einen Rufmultiplikator hatten wir richtig gut. Ja. Wenn wir hier drin bleiben, kommen wir direkt weiter, oder? Nee, gell? Nee, da nicht. Schade. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal so einen. Der war geil eigentlich. Der hat schon gut geschmuggelt. Geschmuggel. Schmeck, 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 schmeck. Weißt du? Reise. Aber Dämmerung ist die ganze Woche nur das, ne? Also nur Deathstrike. Äh. So. Ach, echt jetzt? Mhm. Als wäre das jetzt das Gleiche nochmal. Ja. Dann machen wir den nochmal und holen uns diese Herausforderung einfach ab. Oder warte, warte. Komm, wir machen den einmal auf, äh, Legende. Oh, Bruder. Nein, nein, nein. Da ist keine Spielsuche dabei. Dann machen wir ihn auf Großmeister. Alter, Maul. Oh, Daddy. Give's me. Give me cock. Oh, Gott. Oh, Daddy. Wann gibt mir denn der Daddy hier nicht mal ein bisschen cocken? Gar nicht, Digga. Gar nicht. Oh, mein Gott, der Daddy, Alter. Jo, ich bin doch einfach nur geisteskrank, oder? Ja, ich hab noch nie was anderes behauptet, tatsächlich. Ui, Daddy. Daddy, Teddy. Kennst du noch Teddy? Ja, von Mr. Bean, oder was? Ja, von Mr. Bean. Teddy, Teddy, du kleiner Schniedel. Und noch ein Prezi-Kill. Noch ein Prezi-Kill, dann reiß ich dir die Nüsschen ab. Was hast du denn mit Pillen schon wieder nicht genommen? Ja, wir sind wieder im Schrank. Mein Güte, da gehörst du auch hin. Wow. Ja, hier, scheine halben Sachen, du sagst, wie das ist. Wir haben hier mit einer Plage von Besessenen zu kämpfen, bei der ich wirklich eure Hilfe gebrauchen könnte. Wie schlimm ist diese Platte? Das werdet ihr schon früh genug sehen. Hm. Hm. Okay. Ich muss niesen, ich merk das schon. Hm. Gäste da. Mann am Boden, Mann am Boden. Ich kann, ich hol dich. Daddy. Oh, ebenfalls Mann am Boden. Ich bin ja sowas von in der Mitte von dem Bums. Ich bin da, wo du eben warst. Ich bin da, wo du ja gerade getestet. Ja, ha, 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 ha. Dann bescheid ich, dass die Folle haltet. Ach, Mensch, passiert, Jake Maats. Jetzt gerade getestet. wir waren ja alle tot gutes zeichen dass der selbe von eben welches im stufel der erste spiel diese diese in der text machen das ist einfach ein bisschen gottlos alter mann hebs doch auf alles gut emotionen sind wichtig ich würde mich aufreden bei dem game alter wirklich das sind es auch eigentlich für kack waffen ich spiel doch keinen schwanz ja wirklich für champion einfach ja scout gewehr und impuls gewehr beste combo ever absoluten meter auch auch das war 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 die wollen sich kuscheln mann ist ich habe kein Bock zur sorge natürlich ja digga ja digga black james bond du kriegst eine babaschelle digga bagatelle mit der babaschelle so ein bisschen das adas kick bei dir aber auch schon wieder rein ja ich sitz hier ich schlitz hier und was passiert ich hoffe nächstes season nächste woche kommt irgendwas irgendeine andere waffe die besser gefällt warte geht doch nicht in den hängen kein kill gemacht we So, ich hätte gerne hier nach, äh, etwas exotisches, bitte, das Spiel, danke. So exotisch wie mein Cock? Äh, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Sitz, denk dran, renne ich wieder rein. Ich habe mich schon tatsächlich gerade gefragt, warum ich gerade wieder so viel Schaden kriege. Da haben wir sie wieder, die Turitusche Lernkurve. Die ist, oh, ich bin tot, safe. War doch nicht. Alter, unser Kollege ist tot, entschuldige mal. Ist er in irgendeinem Grund noch im Spawn? Ah, okay, doch nicht. Ein geschütztes Werk. Alter. Da ist noch ein Geschütz. Das ist ja, er ist zu. Alter, okay, Mr. Laudatio hier am Rasieren. I see, Bro. Das habe ich jetzt davon, das habe ich jetzt davon. Warum haben wir das Volk eigentlich schon? Wegen den Dingsums. Äh, wegen dem ganzen Zeug, das wir holen wollen. Ah, okay. Wegen dem ganzen Zeug, was wir holen wollen. Gute Erklärung, ey. Oh, boah, weiß ich nicht. Ich akzeptiere es einfach. Ne, wegen dem wöchentlichen Scheiß, deswegen. Ah, okay. Aber wir können auch eigentlich wöchentliche Story und so auch noch machen. Dann kriegen wir nochmal Pinnis und so. Also, so Pinnacle-Spitzenausrüstung quasi. Ja, geil. Oh mein Gott. Mein Pönis ist ja schon wieder so richtig hart und klein. Habe ich auch gehört. Oh Mann, ey, Dortmund, ey. Dortmund, Alter, dort ein bisschen Mund. Warst du mal in Dortmund? Ja, ich war mal dort mit meinem Mund. Eine schöne Stadt, Digga. Gibt es nicht. Echt, echt? Ne, Alter, Dortmund ist es. Warst du mal im Nazi-Kiez? Ne. Ist das in Dortmund? Ja, ja, das ist da. Ja. Wenn man Dortmund wirklich, äh, ganz solide eins von zehn. Ach Jungs, haut doch ab. Mensch. Jo, Mom, hey, was geht? Moin, moin, moin. Ich bin leider wieder ein bisschen unter den Toten. Hallo, Ace, Ace am Stiel. Bitte, bitte beleg mich wieder. Warte, wo bist du hier? Ja, Ace am Stiel ist auch so ein Bogen, Idiot. Kein Wunder, dass keiner von euch Schaden macht. Äh, not, äh. Wer den Bogen nicht ehrt, ist den Bogen nicht wert. Ja, ich möchte den Bogen auch nicht wert sein. Na, hör mal. Bing, bong, die Hexe ist tot. Bing, bong, der Eiermann ist da. Du hast Eier gesagt. Ich habe alle Nerse. Hier rein. Danke. so jetzt dürfen wir sterben wieder da du sowieso gleich wieder stirbst muss ich doch gar nichts gegen sagen alles gut ich habe dich gefühlt na easy ok ich weiß nicht was dir gerade passiert oh ich bin tot weil ich wieder runtergefallen bin wie so ein süßer nichts bei dir ja bei mir ein bisschen destiny die ist das bisschen fordner die ist das dies wird der ist hat man die gar nichts vorbeugt spielen wir nicht fortnight battle royale nein mann na hör mal wir spielen destiny das beste spiel überhaupt ja oh mein god battle royale destiny destiny battle royale das ist ja doch mal geil du bist ihm gefallen und nimm einfach die treppen nee destiny battle royale das war der ingigste kram ich hab so bock meinen cock aus der hose zu lassen du kannst doch einfach nicht aus jedem scheiß drecks game battle royale machen auch wenn das sonst irgendwie jeder praktisch wird wird irgendein abschluss irgendein heute zug abgeschlossen bevor ich gar nicht mehr wusste dass ich den noch besitze okay dass du mit 20.000 ob schiff es kräftiges kräftiges mess möchte nicht links aber es läuft doch schon irgendwie ein bisschen besser als letztes mal oder? Ja normal, ich bin ja auch dabei. Oh man. Ja. Das muss natürlich schon alles fortneiten hier. Bitte, bitte. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Hab so lange nicht mehr, machst du. Oh, ich bin der letzte Hüter. Bitte nicht, bitte, bitte. Ich hätt's nicht sagen dürfen, Digga. Jetzt haben wir ja die Eumelze. Ja, hallo, ihr schon wieder. Na ja, baba, bodu. Wahnsinn, ist gut. Ah, du hast es schuldet. Ah, du hast es schuldet. Ah, du hast es schuldet. Boah. Hä, wo kommen die Boys denn her? Junge, perrekt doch. Ja, ich stehe hier seit 20 Minuten und schieße auf sein Schild. Alter, what the fuck is going on here? Alle guten Dinge sind doch drei oder so. Nein. Alle guten Dinge sind drei. Genau einmal. Eins. Uno. Alles danach ist kacke. Und das, der ist Quattro. Egal, ne, komm, ich weiß gar nicht. Die Scheiße. Da macht mir alles zu lang. Nein, ich bin tot. Das Schiff hat mir ein bisschen gezeigt. Oh, lol. Da ist jemand der letzte Hüter wieder. Ey, ist am Stiel. Der steht aber hinten im Spawn. Also alles von daher ist easy. Ich bin ein guter Dinge. Ich nicht. Ey, der rennt aus so einem Grund los. Anderfuck, nein. Er wird mich wieder verohrt. Ich bin im Spawn. Es tut mir leid. Er ist am Stiel. Tja, das nimmt er den Hübel, meint er, ja. Zurecht. Alter, die Schiffe machen richtig Damage. Ja. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen einen schnelleren. Bist du die Moon? So. Drei Minuten sind es weniger, danke. Drei Minuten sehr. Ey, es ist am Stiel, es tut mir leid. Ey, es ist am Stiel, ich will einfach nur boi. Ey, es ist am Stiel und ich schieße erst mal auf. Nice. Ich wollte von irgendjemand hier einfach reingeschubst. Kann man einen Champion betreuen, das wäre super, super klasse. Ah, ey, es ist am Stiel, Junge. Alter, oh mein Gott, ich bin irgendwie in der Hölle-Hölle oder so. Na dann wäre ich nicht aufwärmen. Ja. Bin tot. Oh, der Torito-El-Borrito-Satz. Ja, der Torito, der weiß, wie der Laden läuft. Da, du siehst. Ah. Okay. Das ist so scheiße gemacht, Alter, weil einfach jedes Mal die Leute immer nachjoinen müssen. Du kannst da, glaube ich, gar nicht zu dritt durch diese Tür, weil einfach so schnell, wie so das andere Ding zugeht. Ah, okay, Schützis. Chris. Echt am Stiel geht es nicht so gut. Schütze, Geschütze, Geschütze. Ja, ich hole den, oh, doch nicht. Alter. Mama Mia, Popo Blanco. Der hat ja full Fokus auf mich. Mach den Gold. Ja, full Fokus. Und weg. Nice. Los. 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 da hochzukommen auf den Safe-Spot. Hallo? Ey, die Muppen so... Ey, dieses Aufstampfen, ne? Das fuckt ab. Hahaha, wow. Heute werd ich wieder sehr schnell sauer. Ich würd heute... Alex, oben stehen. Ich werde sehr schnell horny. So... Ja, ich bin auch gleich wieder mit von der Partie. Achso, ich bin hier oben wieder auf meinem Safe-Space. Ich muss das noch einschauen. Und... Ich bin hier oben. Eyst du nicht, ich bin tot. Ja, alles gut. Ich hab das. Uh. Okay, ich hab zumindest mal Schaden bekommen hier oben. Das ist ja interessant. Ah, fuck. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh Gott. Yes, sir. Easy, 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 lemon squeezy. Ich hab ihm gar nichts bekommen, Alter. Boah, Junge, du glaubst, dass ich nicht bekomme, hab einfach einen Battle Pass für Fortnite. Battle Royale. Nice around, nice around.